Künstliche Intelligenz kann dich in deiner Arbeit mit Google Sheets zehnmal so produktiv machen. Dank ChatGPT kannst du Google Sheets jetzt in deutscher Sprache sagen, was du gerne erreichen möchtest. Wenn du das Ganze also noch nicht machst, dann bleib jetzt unbedingt dran. Und falls du mich noch nicht kennst, hi, mein Name ist Yunus und ich bin Programmierlehrer. Das heißt, mein Job ist es, Quereinsteiger zu gefragten Programmierern weiterzubilden, auch wenn sie vielleicht noch gar keine oder nur sehr wenig Programmiererfahrung haben. Auch in diesem Video zeige ich dir, wie du komplett ohne Programmierkenntnisse bis zu zehnmal so schnell dank ChatGPT mit Google Sheets arbeiten kannst. Also ich würde sagen, wir legen direkt los. Übrigens, die Testdaten für dieses Video habe ich auch mit ChatGPT generiert. Du kannst, wenn du die Daten hier nutzen möchtest, einfach unter diesem Video auf den Link drücken, dann auf Datei und hier auf Kopie erstellen, um auf deiner eigenen Kopie von diesen Testdaten zu arbeiten. Aber was wollen wir heute überhaupt machen? Ich habe eine Liste mit Bestellungen für einen imaginären Nudelshop erstellt. Das heißt, wir haben eine Internetseite, wo man sich verschiedene Nudeln bestellen kann. Hier verschiedene Spaghetti, Tortellini, Gnocchi und so weiter. Und man kann das Ganze jetzt hier einsehen und muss natürlich jetzt ausrechnen, wie viel wurde bestellt, was ist die Bestellsumme, Versandkosten, wie viel kostet das und so weiter und so fort. Und all das machen wir heute mit künstlicher Intelligenz. Wir haben verschiedene Übungen und wenn du richtig gut werden möchtest, dann empfehle ich dir, versuch jede Übung aus diesem Video erstmal kurz für eine Minute alleine. Und wenn du es dann nicht schaffst, dann schau dir in diesem Video an, wie ich das Ganze löse. Also fangen wir gleich an mit der ersten Übung. Wir haben hier also verschiedene Daten. Eine Session, dann die Source, also woher unser Shop entdeckt wurde, Nachnamen, Vornamen, E-Mail und so weiter und so fort. Besonders interessant ist das hier. Das ist nämlich alles, was ausgewählt wurde. Außerdem haben wir hier die Bestellmenge, also 2, 3, 0, 5 und 0 zum Beispiel. Und wir sehen schon, das Format ist jetzt nicht ganz günstig gewählt. Wir haben jetzt also verschiedene Aufgaben, um hier irgendwie gute Daten draus zu generieren. Fangen wir an ganz am Anfang mit der ersten Aufgabe. Aktuell haben wir in der Bestellung hier kein Datum. Wir haben allerdings dieses komische Feld namens Session von unserer Internetseite bekommen. Wenn wir uns das hier so ein bisschen länger angucken, dann könnten wir daraus schließen, dass man daraus das Datum ableiten können. Wenn nicht, aber auch kein Problem, denn wir könnten einfach die gesamten Daten hier einmal kopieren und ChatGPT fragen, ob wir hier das Datum rauskriegen können. Dafür loggen wir uns bei ChatGPT ein und stellen jetzt hier unsere allererste Frage. Wir können uns jetzt hier zwischen ChatGPT 4 und der alten Version 3.5 entscheiden, weil ich die Premium-Version habe. Wenn du das Ganze nicht hast, kein Problem, arbeite einfach erstmal mit Version 3.5. Da musst du vielleicht ein-, zweimal häufiger nachfragen, aber damit kriegst du auch schon sehr gute Ergebnisse. Meine Frage ist jetzt, ich habe folgende Daten in einem Google Sheet. Wie kann ich anhand dieser Daten das Datum der Bestellung herausfinden? Schreibe mir ebenfalls eine Formel für Google Sheets, um das Datum zu ermitteln. Jetzt füge ich die Daten hier ein, zack, und drücke einfach mal auf Enter. Und ChatGPT hat das Ganze hier tatsächlich richtig erkannt. Es gibt dieses Fail Session und hierbei handelt es sich wahrscheinlich um den sogenannten Unix Timestamp, also die Millisekunden, die seit dem 01.01.1970 bis zu dem Datum vergangen sind. Und dann gibt es hier auch eine Formel, womit wir das Ganze berechnen können. Und wir kopieren uns jetzt einfach mal die Formel und probieren, ob die so funktioniert. Ich füge also eine neue Spalte hier hinzu, nenne das Ganze Datum und füge hier jetzt einfach mal die Formel ein. Das mit diesem A2 scheint auch gleich richtig zu sein. Ich drücke auf Enter und kriege einen Fehler. Nachdem ich schreibe, bei der Formel bekomme ich einen Fehler, kriege ich jetzt aber prompt die Lösung hier, du hast wahrscheinlich die deutsche Spracheinstellung verwendet und dementsprechend braucht man hier jetzt einen Semikolon und kein Komma. Wir kopieren uns diesen Code, fügen das Ganze hier einmal ein, drücken wieder auf Enter und sehen jetzt, dass hier eine Zahl rauskommt. Das Ganze sieht noch nicht ganz wie ein Datum aus, aber das liegt hier einfach daran, dass wir das falsche Format haben. Wenn wir jetzt hier oben auf Format gehen, dann auf Zahl und dann hier auf Datum, dann wird das Ganze auch richtig angezeigt. Und wir sehen, dass wir jetzt hier das richtige Datum haben. Und wir sehen, all diese Daten stammen tatsächlich vom 14.03.2023. Und das ist auch richtig, liegt schon etwas in der Vergangenheit. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wie lange hättest du gebraucht, um dieses Ding hier von Hand zu schreiben? Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Wir haben diese Wünsche hier, also das, was die Leute gerne bestellen wollen. Allerdings ist das Format hier so ein bisschen blöd. Ich hätte gerne, dass hier einfach diese fünf Werte ausgefüllt sind und dass hier immer einfach wahr oder falsch steht. Und damit kann ich dann verschiedene Auswertungen machen, kann damit rechnen, kann das Ganze so ein bisschen besser analysieren und habe einen besseren Überblick. Also je nachdem, ob hier ein Wert drin ist, soll hier entweder wahr oder falsch stehen. Das ist die zweite Aufgabe. Hierzu kopiere ich mir jetzt einfach nur diese Spalte und sage, ich möchte im nächsten Feld entweder wahr oder falsch angezeigt haben. Hierzu schreibe ich wieder, ich habe diese Spalte. Und hier beschreibe ich das Ganze jetzt so ein bisschen allgemein. Ich sage, bitte generiere mir Formeln für die nächsten fünf Spalten. Wenn das Wort Gnocchi in der Liste vorkommt, füge den Wert wahr ein, ansonsten den Wert falsch. Für die übernächste Spalte mache das Gleiche mit Spaghetti und so weiter. Mal schauen, was hier so herauskommt. Und hier wurden jetzt tatsächlich für alle Spaltenformeln ausgegeben. Wenn ich die Formel hier einfüge, dann haben wir allerdings noch zwei Probleme. Problem Nummer eins, es wird in Spalte A gesucht. Problem Nummer zwei, wenn ich jetzt auf Enter drücke, kriegen wir immer noch einen Fehler. Beides teilen wir ChatGPT mit. Ich habe gesagt, wir haben noch zwei Probleme. Bitte suche in Spalte G statt in Spalte A und ich bekomme diesen Fehler beim Einfügen der Formel. Und los! Wir probieren unser Glück erneut und geben das Ganze noch einmal ein. Hiermit würde ich sagen, können wir jetzt arbeiten. Wir fügen das einfach mal ein. Und das Coole ist, dass diese Formeln auch gleich nach unten übertragen werden. Auch hier wieder ziemlich cool. Und damit haben wir jetzt auch die zweite Aufgabe gelöst. Und das komplett mit künstlicher Intelligenz, ohne Programmierfähigkeiten, nur durch ein-, zweimal Nachfragen. Wichtig ist, wir haben genau gesehen, die AI macht am Anfang nicht immer alles perfekt. Das Ganze ist so, als würden wir es mit einem Menschen kommunizieren. Wir müssen sagen, hey, das Ganze hat noch nicht funktioniert. Bitte probiere es nochmal. Und dann wird diese Anfrage immer weiter verfeinert, so lange, bis das Ganze funktioniert. In der nächsten Aufgabe wollen wir nun die Bestellmenge für jedes Produkt isolieren. Wenn wir hier reingucken, dann sehen wir, dass die Menge aktuell noch nicht richtig gefüllt ist. Wir haben das Ganze nur in dieser komischen Liste. Und wenn wir keine Programmierer sind und vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, dann wüsste man wahrscheinlich gar nicht, wie man das Ganze jetzt formulieren soll. Probier dich auch hier einmal selber aus, gebe das Ganze einmal bei ChatGPT ein. Ich zeige dir jetzt, wie man das Ganze ziemlich einfach lösen kann. Wir können nämlich einfach die gesamte Tabelle hier kopieren. Das heißt, ich markiere hier einfach alles, drücke auf STRG-C und füge diese Tabelle bei ChatGPT hierzu ein. Ich sage, meine gesamte Tabelle sieht aktuell so aus. Und jetzt wollen wir ja diese Menge hier befüllen. Das heißt, ich sage einfach, bitte generiere mir die Formeln, um die Menge in alle Felder richtig einzutragen. Ich habe also einfach nur die gesamten Daten kopiert und gesagt, hey, bitte fülle diese Felder. Die möchte ich gerne auch noch mit einer Formel automatisch ausfüllen. Und hier sehen wir jetzt etwas ganz Interessantes. Die erste Formel, die scheint noch gar nicht zu funktionieren. Wenn ich das Ganze einfüge, dann kriegen wir einfach eine Kopie von der linken Seite. Wenn ich allerdings das nächste hier einfüge, Spaghetti, dann sehen wir, dass das Ganze hier astrein zu funktionieren scheint. Wir probieren mal die anderen Nudelsorten aus und sehen, dass die anderen Spalten jetzt alle funktionieren. Wir haben jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, um die erste zu fixen. Nummer eins ist, wir kopieren es einfach und tragen hier eine 1 rein, denn wir sehen, der einzige Unterschied hier oben ist diese Zahl. Also 1, 2, 3, 4, 5. Oder wir könnten natürlich ChatGPT hier auch noch einmal darauf hinweisen, dass die erste Formel leider falsch ist. Ich würde sagen, das passt und auch diese Aufgabe ist jetzt souverän gelöst. In der nächsten Aufgabe wollen wir den Gesamtpreis berechnen. Und hier wird es jetzt etwas kompliziert, denn dieser Gesamtpreis, der hängt ja ab von dem Preis des jeweiligen Produktes. Und das steht in Tabellenblatt 2. Wir benennen das gleich mal um in Preistabelle und Bestellungen. Und hier ist die Aufgabe auch jetzt wieder für dich. Versuche erst einmal das Ganze jetzt selber zu lösen. Hast du es geschafft? Wenn nicht, kein Problem. Wir machen das Ganze zusammen. Wir wollen jetzt den Gesamtpreis berechnen. Wir haben ChatGPT ja bereits unsere gesamte Tabelle mitgeteilt. Ich sage jetzt, bitte generiere mir eine Formel, um den Gesamtpreis zu berechnen. Nutze dafür die Produktpreise aus der Tabelle Preistabelle. Diese sieht so aus. Und nun füge ich hier die gesamte Preistabelle rein und drücke einmal auf Enter. Hier wird sich jetzt auf einen V-Lookup, einen sogenannten Verweis bezogen. Also wir müssen in eine andere Tabelle reinschauen und müssen jetzt da nach einem Produkt suchen. Wir suchen also in diesem Fall wieder nach dem Preis für jedes einzelne Produkt in der anderen Tabelle. Und nachdem wir das Ganze gemacht haben, multiplizieren wir das immer mit der Menge und addieren dann all die Produkte auf. Sieht hier erstmal gar nicht so schlecht aus. Wir kopieren uns das Ganze jetzt einfach mal in unsere Bestellungstabelle rüber und schauen, ob das Ganze funktioniert. Und da haben wir leider prompt einen Fehler. Auch wenn wir das Ganze etwas größer machen, geht die Formel hier leider nicht auf. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, das hier ist perfekt, um das Problem einmal etwas anders zu lösen. Je größer die Probleme werden, desto mehr können wir uns nicht mehr auf die Standardformeln beziehen, die wir von Google Sheets bekommen. Stattdessen müssen wir ab und zu auch mal was Eigenes schreiben. Und das Coole ist, dass in Google Sheets JavaScript bereits integriert ist. Das heißt, wir können auch 100% mit JavaScript schreiben. Und das Ganze ist sogar ziemlich easy. JavaScript ist die verbreitetste Programmiersprache da draußen. Und dementsprechend ist ChatGPT damit auch viel besser trainiert. Das heißt, wenn immer du etwas Komplizierteres hast, was vielleicht auch gar nicht so einfach mit so einer Formel aus Google Sheets hier abbildbar ist, dann probiere einfach mal das Ganze mit JavaScript zu erstellen. Diese Formel generiert noch einen Fehler. Bitte generiere mir stattdessen eine Formel mit JavaScript, die ich verwenden kann. Gebe noch ein paar extra Informationen mit. Und zwar die Preise sollten aus der Tabelle Preistabelle abgerufen werden. Ich möchte die Formel für jedes einzelne Feld einsetzen können und dann nur für das jeweilige Feld den Preis berechnen. Und los. Hier wurde uns jetzt mit JavaScript eine Formel generiert. Und diese können wir jetzt hier oben einfach einsetzen. Dafür klicken wir auf Erweiterungen und auf Apps Script. Hier können wir jetzt unser eigenes Apps Script einfügen, was letztendlich einfach JavaScript ist. Ich füge also die Formel hier rein. Und eine Sache ist noch wichtig. Das steht auch hier als Kommentar. Und das stand auch hier unten in der ChatGPT-Beschreibung zu dem Code, die du unbedingt lesen solltest. Hier müssen wir noch den Namen von unserem Datenblatt eingeben. Denn das haben wir ja nicht mitgeteilt. Bestellungen heißt das Ganze. Wir gehen also wieder hier rein und sagen hier, zack, Bestellungen. Ganz wichtig, ohne JavaScript-Kenntnisse kann man sich zwar mal so eine kleine Formel generieren lassen, aber in der Realität solltest du schon wissen, wie das Ganze funktioniert und solltest wirklich wissen, was diese Zahlen machen. Denn ansonsten kann natürlich auch mal was kaputt gehen. Dementsprechend empfehle ich dir, wenn du sowas etwas öfter machst, wenn du Lust hast, damit zu arbeiten, dann solltest du unbedingt auch JavaScript lernen. Viele Tutorials für den Anfang findest du auf unserem Kanal. Und wenn du das Ganze beruflich machen möchtest, dann drück auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung bei der Developer Akademie informieren. Wir haben also jetzt hier diese Formel und die können wir jetzt hier einfach ausführen. Das heißt, anstatt jetzt eine vorgefertigte Formel von Google Sheets zu nehmen, sage ich jetzt einfach Calculate Total Price auf, dann die Reihe, also 2 und Klammer zu. Denn das ist, was wir laut Beschreibung dort reingeben sollten. Und wir sehen, der Preis wurde hier für all unsere Produkte berechnet. Wir machen das Ganze jetzt mal für alle Spalten. Ich ziehe das Ganze also hier einfach mal so ein bisschen runter. Ah, klappt noch nicht ganz, weil hier überall die 2 drin steht. Aber wenn man hier die 3 einträgt, dann die 4 und die 5 und so weiter, dann sehen wir, dass das Ganze hier echt gut funktioniert. Somit haben wir den Gesamtpreis also vollständig berechnet und müssen jetzt nur noch die Versandkosten berechnen. Hier ist es so, dass man ab 30 Euro zum Beispiel kostenlosen Versand anbieten könnte. Schreibe mir jetzt eine Formel, um die Versandkosten zu berechnen. Wenn die Gesamtkosten über 30 Euro sind, fallen keine Gesamtkosten an. Ansonsten liegt der Versand bei 5 Euro. Und wir sehen, hier ist auch schon die Formel, sieht tatsächlich relativ einfach aus. Und wir sehen, sie scheint auch zu klappen. Immer wenn wir unter 30 Euro sind, dann kommen wir hier auf 5. Und ansonsten haben wir Versandkosten von 0. Und damit kommen wir zur nächsten Aufgabe. Eine Aufgabe, wo uns ChatGPT noch einmal so richtig helfen kann. Und zwar wollen wir natürlich noch eine Bestellbestätigung an unsere Leute senden. Und das Ganze machen wir jetzt. Dafür füge ich ein neues Feld an, namens Bestätigung senden. Und hier soll jetzt das Wort Ja drinstehen. Und nur wenn hier das Wort Ja drinsteht, dann möchte ich auch eine Bestätigung senden. Ich füge hier jetzt noch einmal neue Testdaten hinzu. Denn ich habe ja nur Lust, das Ganze an mich zu senden und nicht an irgendwelche zufällig generierten E-Mail-Adressen. Bitte schreibe jetzt ein Apps Script, welches die Bestellbestätigung per E-Mail raussendet. Diese Bestellung soll nur gesendet werden, wenn in der Spalte U der jeweiligen Zeile das Wort Ja steht. Bitte ersetze das Wort Ja anschließend durch das Wort Gesendet. Bitte generiere auch den gesamten Text der Bestellbestätigung, basierend auf den Daten der Bestellung in der Zeile. Dann schauen wir mal, was hier so Feines rauskommt. Hier haben wir jetzt tatsächlich eine sehr ausführliche Formel. Aber auch hier gilt wieder, ich würde das Ganze niemals blind kopieren, sondern du solltest unbedingt noch mal, wenn du das Ganze in der Realität nutzen möchtest, durch die einzelnen Punkte durchgehen und das Ganze wirklich versuchen zu verstehen. Hier müssen wir jetzt wieder sagen, mit welcher Tabelle wir eigentlich arbeiten wollen. Sie heißt ja Bestellungen. Das müssen wir da einfügen. Und ansonsten wird hier durchgegangen, okay, es wird geguckt, ob in Spalte 20, also Spalte U mit anderen Worten das Wort Ja steht. Und wenn Ja, dann wird hier tatsächlich so ein Text generiert. Da steht jetzt Hallo, Vorname, Nachname. Vielen Dank für Ihre Bestellung bei uns. Hier ist Ihre Bestellübersicht. Die wird dann hinzugefügt und dann wird das Ganze hier gesendet. Jetzt würde ich sagen, wir führen das Ganze, wir sind ja in einer Testumgebung, einfach mal aus. Wenn du übrigens nicht mehr weißt, wie du in Apps Script reinkommst, einfach hier oben auf Erweiterungen, Apps Script. Und wenn du das Ganze jetzt gemacht hast, dann kannst du hier die Funktion auswählen, Send Order Confirmation und dann gehen wir auf Ausführen und starten das Ganze mal. Du musst hier noch verschiedene Berechtigungen geben, musst den Zugriff auf deine E-Mails natürlich erlauben, denn das Ganze wird jetzt von deiner E-Mail-Adresse aus gesendet. Und jetzt kriegen wir hier noch einen Fehler, kann auch mal passieren, gar nicht schlimm, geben wir einfach ein und lassen die Funktion von ChatGPT korrigieren. Wir kopieren diese Funktion wieder rüber, ersetzen sie durch die alte, ändern den Namen unserer Tabelle, die wir haben wollen, wieder in Bestellungen und probieren es einfach nochmal. Wir kriegen wieder einen Fehler und zwar, dass die E-Mail-Adresse ungültig ist, Ergin, das ist ja mein Name, also ist offensichtlich die Tabelle hier etwas falsch. Ich kopiere die Tabelle jetzt einfach nochmal und sage ChatGPT, wie die Tabelle aussieht und sage nochmal, ich bekomme immer noch einen Fehler. Hier gebe ich den Fehler ein, kopiere ich mir gleich und dann zur Erinnerung, meine Tabelle sieht aktuell so aus. So, Tabelle ist eingefügt, Fehler wird eingefügt, dann noch auf Absenden und hier wurde jetzt noch einmal ein Teil vom Skript angepasst. Kopieren wir das auch einmal rein, Rest des Codes und dann das untere. Und nach ein bis zwei Feedback-Runden sieht meine E-Mail jetzt so aus. Und man sieht, bei diesen komplexen Automatisierungen hilft ChatGPT auf jeden Fall schon sehr viel, aber alles macht es auch nicht. Man muss dann doch öfter Feedback geben und dann doch noch so ein paar Runden gehen, bis das Ganze optimal läuft. Aber das Ganze hat uns mal wieder eine Sache gezeigt. Der Bedarf für Programmierer ist nach wie vor ziemlich hoch und das wird er auch bis auf absehbare Zeit bleiben. Durch verschiedene KI-Tools wie ChatGPT können wir allerdings deutlich schneller arbeiten und können auch viel schneller gute Ergebnisse erzielen. Der Weg, um als Quereinsteiger in die Softwarebranche zu kommen, auch wenn man aus einer ganz anderen Ecke kommt, auch wenn man Quereinsteiger ist, war noch nie so leicht wie jetzt. Und das halt vor allem auch durch diese ganzen KI-Tools. Das Ganze ist eine Riesenchance für uns und genau aus diesem Grund haben wir auch Prompt Engineering, das heißt das Entwickeln mit solchen KIs wie ChatGPT, in unsere Weiterbildung zum Softwareentwickler integriert. Es gibt einen Riesenentwicklungsstau da draußen und es gibt ganz viele Softwareprojekte, an denen aktuell gearbeitet wird, wo einfach sehr viele gute Softwareentwickler fehlen. Wenn du sagst, das Ganze macht dir Spaß, du könntest dir vorstellen, in dieser Richtung zu arbeiten. Du arbeitest jetzt vielleicht in einer ganz anderen Branche. Google Sheets ist interessant, aber dieses Programmieren, das macht dir einfach Spaß. Dann empfehle ich dir, informiere dich doch einfach mal über unsere Weiterbildung. Dafür kannst du einfach auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung klicken. Dann kannst du auf unsere Internetseite gehen, da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren. Und da hast du auch die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team zu vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können, ob das Ganze vielleicht in deiner individuellen Situation relevant ist. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald in unserer Weiterbildung und arbeiten zusammen. Ansonsten sehen wir uns natürlich hier auf diesem YouTube-Kanal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Programmieren. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Junus.